Verte Fahrgäste, das Team von Meridian begrüßen Sie recht herzlich auf der Fahrt von Holzkirken nach Rosenheim. Wir fahren über Kreuzstraße, Westerham, Bruckmühl, Bad Aibling, Kolbermoor. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. Westerham, Bruckmühl, Bad Aibling, Kolbermoor, Bad Aibling, Kolbermoor. Westerham, Bruckmühl, Bad Aibling, Kolbermoor. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nächster Halt, Kreuzstraße Letzter Halt im MVV Umstieg zur S7 Change here for S7 Ausstieg links ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020